Und damit ein recht herzliches Willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer neuen Folge Far Cry 5. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer T für euch am Mic. So, und zwar bin ich nochmal ganz schnell zurückgereist in dieses schöne Städtchen hier. Jawohl, und zwar wollte ich mir noch die Armbrust gönnen hier. Die soll hier in diesem Bootshaus sein. Also, ich hoffe, ich muss da mein kostbares Gewehr nicht für opfern. Rüsten wir mal eben das andere aus, die Pistole. Die könnte ich nämlich opfern. Ich hoffe, die muss ich nicht dafür opfern. So, wir müssen hier rein. Ich habe nämlich irgendwie gehört, dass man hier ein Bootshaus kann man ja auch von unten begehen. So, mal eben schauen. Hier kann man einschalten, hoffe ich doch. Ja, interagieren. Sehr schön. Licht an, Spot aus. Da haben wir den Schlüssel, den wir brauchen für diese verschlossene Tür. Da bin ich ja beim ersten Mal nicht reingekommen. Paddel brauche ich nicht. Nö, Paddel brauchen wir nicht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Ähm, ich glaube, hier müssen wir wieder zurück, ne? Genau. Einfach nur cool. Einfach nur cool. Das Spiel reißt einen voll in seinen Bann, wenn man erstmal angefangen hat hier. Absolut nice. So, jetzt kann man nämlich, hier kann ich auch nochmal eben looten. Ja, noch Kohle dazu. Ich spare noch auf mein Holster, dass ein zweites Holster mir leisten kann. So, äh, ja. Ähm, hä, hä. Irgendwo. Muss doch jetzt. Warte mal, die Strom habe ich eingeschaltet. Da muss doch irgendwo jetzt sich was getan haben. Hier war doch irgendwo, ist doch irgendwo eine Falltür oder so was. Moment, oh, da muss ich hier noch rein. Hm. Oh, Moment, oh. Irgendwo muss hier doch so eine Art Falltür sein, wo ich dann rein kann. Hier oben gehe ich auch nochmal eben rauf. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Fünnland, ich bin voll. War ja klar. Ne, hier ist nichts. Hier ist was. Auch alles voll. Hm. Gucken wir hier mal eben rein. Hier muss doch irgendwo eine Falltür sein, dass ich hier irgendwie rein kann. Hm. Ich hier jetzt hochgehe. Da oben ist nix, ne? Ne. Wo habe ich jetzt die... Ich habe ja den Strom eingeschaltet. Hm. Oder ist das unterirdisch? Muss ich hier irgendwo tauchen? Mal gucken. Ne, da ist nix. Irgendwo muss hier doch eine Falltür sein. Kann man hier irgendwo... Ist hier irgendwo eine Notiz. Logbuch. Ich hatte doch so eine Notiz darüber. Das ist immer das Doofe, wenn man... ...das dann ablegt. Ah, das wird jetzt auch nicht einfach, dort wieder zu finden hier. Oh, da ist das da hinten. Geht da mal eben rüber. Ne, ich meine das war beim Bootshaus. Das ist ja das Bootshaus. Hier muss irgendwo eine Falltür sein. Da ist nischt. Rein mit dir! Hinterm Haus. Boah, ich habe hier schon alles abgesucht. Hier ist nix. Da oben vielleicht. Moment. Hier ist ja auch so ein Tau zum Hochziehen. Komm ich hier hoch? Ne. Da! Prepper-Versteck. Jetzt hat er irgendwas entdeckt hier. So. Das Prepper-Versteck. Das suche ich nämlich. Ah, das ist nämlich da hinten. Hier ist das. So, jetzt kann ich hier... ...das Wasser ablassen, glaube ich. Genau. Von dem Versteck. Und hier interagieren. Ach, ist das schön. Haben wir das doch noch gefunden. Ich brauche keine Paddel. Wow. Wieso lässt man so einen schönen Raum hier... ...so verkammeln? So, irgendwo... Ach, hier kann man durch. Jawoll! So. Versuchene Schätze. So, Prepper-Schatz. Ein Prepper-Schatz haben wir gefunden schon mal. Pründer und voll. Ja, ich bin mit allem voll. Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stellen Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Das machen wir doch gerne. Schauen wir mal eben. Sprengstoff herstellen. Das geht noch nicht. Ich muss das wahrscheinlich auch erstmal nehmen hier, ne? Oh, mein Inventar ist voll. Ich kann ja gar nichts nehmen, wie es aussieht. Außer die Kohle. Oh, das hat sich aber gelohnt hier, wa? Aber die... Hier die Waffe können wir nehmen, ne? Och, geht tauschen gegen meine schöne Maschinenpistole. Och, nö. Och, nö. Ich glaube, das mache ich nicht. Meine heiß geliebte. Wobei, die ist ja lautlos, ne? Okay. Och, meine schöne Pistole. Aber ich denke mal, ich werde irgendwann eine wieder finden. Schuss abbrechen. Kann man so noch. Okay. Die ist... Das ist natürlich nicht schlecht. Och, Mensch. Das ist mein schönes Maschinengewehr. Bärchen. Meine schöne Wumme. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Mehr können wir nicht tragen. Können wir nicht mitnehmen. Leider. Ähm, wenn ich noch irgendwas... Kann ich noch irgendwas herstellen? Vielleicht kann er dann wieder ein bisschen mehr mitnehmen hier. Wir können ja nix... Gar nix... Hier unten... Hier unten... Noch was herstellen. Nö. Sprengkapsel... Nitro. Ja, Nitro habe ich hier. Ich kann aber nix mehr mitnehmen. Weil ich so voll bin. Obwohl ich eben schon verkauft habe bei dem Händler. Hier kann man... Schnaps... Molotow konnten wir wenigstens herstellen. Wenn ich jetzt hier so eine blöde Schaufel... Die braucht doch sowieso kein Mensch. Die kann man auch nicht... Ne, kann man nicht wegschmeißen. Und dafür tauschen. Och Mensch, schade. Okay. Soweit haben wir erstmal alles. Kann man noch das Bild auch noch mitnehmen. Kann man auch noch verkaufen. Spaten gegen... Gegen Rohr. Nö. Dabei halte ich meinen Spaten. So, wunderbar. Haben wir das Versteck gefunden. Sehr schön. So, schauen wir mal, was wir in der... Verbleibenden Zeit noch schnell anstellen können hier. Haben wir ein Geschäft. Das ist die Kürbisfarm. Hier haben wir, glaube ich, auch alles erledigt. Bärenbedürfnisse. Ja, das kann man eigentlich auch nochmal eben mitmachen. Denn haben wir hier alles erledigt. Und hier können wir ja hinreisen. Schnellreise. Das machen wir mal eben. Dann können wir die... Ich glaube, ein Bären habe ich noch erschossen letztes Mal. Die anderen beiden habe ich irgendwie nicht gefunden. Das erledige ich jetzt auch nochmal eben mit. Denn ist hier soweit erstmal alles... Erledige ich hoffe mit meinem Pfeil-Ding hier, dass ich da einigermaßen klarkomme jetzt. Sonst kriegt er eine Granate an seinen Pelz. So, suchen wir den Bären. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ach, jetzt muss ich sie alle drei wiederfinden. Klasse. Oh, nee. Äh, ich nehme mit sicher... Weg, 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 weg. Uah! Ne, kein Spaten. Kein Spaten. Uah! Oh, shit, 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 shit! Hau ab, hau ab, hau ab. Fuck, fuck, fuck. Wo sind denn meine ganzen Gewehre? Hallo? Oh, jetzt aber. Komm, Bär. Jetzt bin ich gerüstet. Wo ist der Bär? Ich war doch noch gar nicht so weit. Blöder Bär. Echt geil, echt geil. Da. Was? Wie viel kann der denn ab? Das gibt's ja gar nicht. Was? Na, endlich. Einer haben wir erlegt. Ich hasse das, Tiere zu erschießen, aber... Es wird ja hier nun gefordert. So. Uah! Bin ich wieder in irgendeinem... Zwei Vorteilspunkte erhalten. Das ist schon mal gut. Aber, wir haben ja noch nicht alle. Geben wir nochmal... Was haben wir denn noch hier? Messer. Nehmen wir das Ding mal hier. So, der nächste Bär, bitte. Der eine, der ist ja easy. Der kommt immer auch immer her. Aber wo sind die anderen? Binden wir hier keinen Bären auf. So, gucken wir nochmal eben schnell auf die Karte. Man, der konnte... Wie viel oft habe ich den jetzt erschossen? Ich glaube, 20 Mal. Da. Irgendwo müssen wir her. Die Bären sind los. Wo ist hier der Bär? Die haben wir ja schon ordentlich. Mist. Oh, ich höre was. Da. Die bringt ja auch nicht viel, ja? Oh, shit, shit, shit. Fuck, fuck, fuck. Hau, hau. Hau. Oh, shit. Hau ab, hau ab. Andere Waffe, andere Waffe. Nimm doch eine andere Waffe. Fuck. Ah, fuck, fuck. Shit. Shit, shit, shit. Der kommt doch nicht aufs Grundstück hier, oder? Na, endlich. Meine Güte, das war knapp. Alter Schwede, das ist die stark. So, einen haben wir noch. Also, das Ding ist ja völlig für die Grütze hier. Also, diese blöde Armbrust, die kann man ja überhaupt nicht gebrauchen. Jedenfalls nicht für Bärenjagd. Ich weiß von dir, habe ich meinen ersten herrisch geschossen. Was kann man denn hier überhaupt kaufen? Für schöne Sachen Waffen. Ich habe garantiert nicht genug Kohle. Jo, alles außerhalb der Reichweite. Kann man vergessen. So, machen wir die dritten Bären jetzt auch noch platt hier. Ah, wie wäre es denn mal mit Sprengstoff? Ich habe ja Sprengstoff. Das wäre doch eine coole Idee. Okay, da einfach mal eine schöne Sprengstoff-Salve reinschmeißen. Mal gucken, was habe ich hier denn überhaupt? Molotow, eine Granate wäre doch schon mal nicht schlecht. Also, wir spielen den Bären. Wir sehen uns vorlesen. wir haben ihn da endlich noch ein zum abschluss wunderbar wir haben die bären endlich licht hier ja wohl läuft soll er kommen soll er kommen sehr schön ja also ich hoffe wir kriegen ja bald unser halfter denn irgendwie mit diesem ding ich glaube da werden wir nicht weit kommen ich werde das ding auf jeden fall gut wir haben es jetzt aber ich werde auf jeden fall in kürze wieder eintauschen wenn ich jetzt irgendwo ich vermisse meine schöne waffe schon so ok mein lieben an dieser stelle würde ich sagen machen wir dann einen gesichteten cut ich bedanke mich bei euch wie immer für die freundliche aufmerksamkeit lasst doch bitte eine bewertung da würde mich sehr freuen ja bis zum nächsten mal schaut rein bei twitch bei facebook und bei youtube sowieso und bei instagram bis zum nächsten mal macht's gut eine schöne woche und schau